Wehen! Ausrichten! Feuer! Double Tap! Yo! Willkommen ihr Lappen! Willkommen zu Gates of Hell! Es geht weiter! Mit dabei der Einrad blöd! Schon wieder Winter? Schon wieder Winter! Letzte Folge habe ich allein gespielt. Da haben wir den Prototypen-Tiger verloren. Und jetzt spielen wir Hürtken. Hill 113 und los geht's. Es wird übel werden. Ich glaube das ist Forschung 3. Drei Sterne. Oh, wir müssen hier so langsam... Aber es ist halt ein Hügel. Da sind alle drei Fahnen. Richtig geil. Das ist schon cool. So, ich gebe dir jetzt... Pass auf. Ich gebe dir jetzt erstmal... Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich gebe dir erstmal den kleinen Shit. Ja? So, ich meine die 8.8 hier zu benutzen wird die Hölle. Ja, sie kann wenigstens hoch zielen. Ich gebe dir auch die 15 cm. Wenn du die 8.8 nicht wirklich benutzen kannst, dann... Kannst du was wegsprengen. Jawohl. Mörser in Betrieb genommen werden können oder so. Und dann müssen wir halt gucken. So, ich hole dann auch schon mal... Ich gebe dir schon mal deine Infanterie. Jawohl. Was sollen wir tun? Oh, das wird richtig gut. Also... Also, ich nehme auch noch den kleinen, weil seinen wird ich auch weiter benutzen. Ja, ja, ja. So, und Medics. Jawohl. So, jetzt hole ich direkt den neuesten Tiger rein. Welche Nummer hat er? Weil der andere war ja nur zu Prototypen-Arbeiter. 516. Aber diesmal wird er überleben. Wir wissen es ganz genau. Es war eine gezielte Testsprengung. Es war nicht. Ja, genau. Ich brauche einen MG 42, wenn du irgendwo eins siehst. Ich will das unbedingt auf den ähm... Panzer erwartet ihre Befehle. Ist das eins? Warte mal. Ne, auch nicht. Jawohl. Panzer einsatzbereit. Panzer, wir sind einsatzbereit. Panzer erwartet ihre Befehle. So, die haben da überall Bazooka Schützen. Jetzt stellen wir uns erstmal hier hin. Panzer einsatzbereit. Panzer erwartet ihre Befehle. So sollen wir mit dem Teilen. Panzer, wir sind einsatzbereit. Oh Mann, ey. Ich hab, wir haben, wir haben zweimal Artillerie. Steht schon, ich bin auch gespannt, ob es mit dem Flammenwürfer schirmst oder so. Ach, da gab es überhaupt Flammenwürfer schirmst? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Mein Bein! Ja, ich glaube, hier schirmst du tatsächlich mit der Infanterie vor. Ich hoffe, das ist unser Mörser. Ja, das ist unser Mörser. Bam! Mann, der ist laut. Ich übernehme die linke Flanke. Nein, du scheiß Munitions-LKW. Das gibt's doch nicht. Schwere Mörser verloren. Schwere Mörser verloren. Oh Mann, ey. Das ist der Bajun. Fahrer zur Exekution vorbereiten. Auf jeden Fall. Ich hab irgendwo wieder Selbstschuld. Ab jetzt werden wir Einrad nicht mehr hören. Kein Umstand, seid ihr schuld, Herr. Kannst deine Infanterie ruhig ein bisschen nach rechts verlagern, nach Norden. Ich nehme an die Seite. Wohl. Jetzt kommt, jetzt steigt der mit allem aus, oder? Jawohl. Nur noch bis Weihnachten. Nur noch bis Weihnachten. Jawohl. Oh Mann, habe ich Hunger. Geht zur Armee, haben sie gesagt. Da gibt es Essen, haben sie gesagt. Bam, Junge! Wursch! Das sind einfach eingekoppelt. Ich muss jetzt hier aber auch sehr aufpassen mit dem, dass der nicht in Häuser rein, äh, in Bäume rein pölzt. Wir machen jetzt mal den Hügel ein bisschen leerer, hier. Panzer einsatzbereit! Möge der Hügel sterben. Möge der Hügel sterben. Okay, ich muss wirklich aufpassen. Ja, ich sehe es. Ich kann ihn nicht einsehen. Ich auch nicht. Er schießt aber auf irgendwas. Das war ein Infanterie. Hinten liegen! Hinten liegen! Genau, lass ihn kommen. Er schießt immer noch. Warte mal. Er hat sie... Ja. Gleich nicht. Jawoll! Er lebt noch. Die Crew wurde getötet, aber er ist noch intakt. Jetzt fährt er nach vorne. Ja, noch ein Stilf, noch ein Stilf. Feuer! Alles explodiert, aber... Panzer meldet sich einsatzbereit! Ich gebe dir mal Panzerbesatzung, falls du brauchst. Jawohl. Panzer einsatzbereit! Das ist grad nie Schaden. Der, äh... Da kommt ein... Ja, M20. Warte, kurz! Neun! Absatzbereit! Absatzbereit! Auf Parten! Entorn! Absatzbereit! Absatzbereit! Der Out positiver ist. Wo ist das? 夾! Nach staaten! Einde! Nein, 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 nein. Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. So, Elfad Riesda, sehr gut. Und jetzt los. Epparado. Alle dahin, ist egal. Okay. Was ist das? Munition. Wack. Wo ist unser Munitions-LKW? Nee, nicht den Exekutierten. Wo ist das denn Stufe 3? War das wirklich Stufe 3? Irgendwie? Eine Stunde. 3-Inch-Gun schon wieder. Schieß doch mal, du blöder Mörser. Geht doch. Ja, nur sorry, ich weiß, was ich tue. Ich habe eine Anhängung für mich. Führerschein. Das ist schon ziemlich viel ein Anhänger-Führerschein. Feuer bereit. Feuer bereit. Feuer bereit. Der nächste. Greyhound. Reparaturen abgeschlossen. Fahrzeug ist wieder einsatzbereit. Greyhound anvisieren. Ah, sehr gut, sehr gut. Ah, fast. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, ach, du. Oh, weia, oh, weia. Man kriegt die Achte nicht, ey. Ich flipp aus. Ich mache es mit der Panzerfaust. Wow. Okay, Ess. Der Flammenwefer ist jetzt ein Problem. Ich habe den Flammenwefer, glaube ich, gekriegt. Okay, das wird jetzt ein bisschen tricky. Ich glaube, ich mache mal eine Sturmabteilung dafür. Oh, das wollte ich eigentlich treffen. Egal. War gut, war gut. Oh, das ist der Half-Track auch noch. Ich komme da, glaube ich, nicht hoch in meiner Infanterie. Off-Track anvisieren. Da kommt ein Schäffi. Ah, sehr schön. Okay. So, hoch da. Ich hoffe einfach, dass ich das überlebe. Und los. Komm schon. Sie sterben alle. Sie sterben alle. Oh, ja, das geht. Unterstützung Feuer. Feuer. Okay, so viel dazu. Intermediate Infanterie auslöschen. Einleiten. Was sollt ihr tun? Wie lauten die Befehle? Okay. Okay, okay. Es läuft, es läuft. Das muss doch theoretisch gehen. Ja, wohin mit dem Ding? Boah, mein Militärmstock hat es ja weit geschafft. Da hinten ist noch ein Sherman. Der kommt, ist doch angestürmt. Okay, den habe ich. Okay, das war's. Ist jemand Spielkarten dabei? Ist jemand Spielkarten dabei? Ich brauche es nicht. Einsteigen. Ich weiß, dass das eine dumme Idee war. Ist es kaputt gegangen? Nein, ist es nicht. Aber was ist los? Mein... Okay. Rückzug. Achtung. Feuer. Oh, ich dachte gerade, mein Tiger ist da am Brennen. Mann, ich wollte das da abladen und dann losballern. Ist bestimmt noch angehangen. Wetten? Okay, so viel dazu. Sehr schön. Sehr schön. Wieder ein Schawanski. Wieder ein Panzer. Ich bin aber noch am Verheizen. Memo an mich selbst. Ich brauche mehr Infanterie. Wir müssen irgendwie versuchen, da hinzukommen, damit wir das ganze Feld einsehen können. Jawohl. Jetzt kommt da noch ein Mörser. Ganz kleiner. Der kommt jetzt an. Achtung. Ja, ich sehe es. Das ist noch ein Bazooka-Schütze. Siehst du den? Bei der Fahne vorm Panzer ungefähr. Ist der Panzer tot? Ja. Okay. Na toll. Achtung. Achtung. Ich krieg zwei. Wir wollen es wissen. Tötet ihn. Feuer bereit. Ich brauche einen Sanitäter. Jawohl. Der hat irgendwo eine MG. Ist das ausgeknipst? Nee, das steht noch da. Kannst du das kriegen? Schieß doch mal mit dem Mörser drauf. Das könnte knapp werden. Ich versuch's. Nee, das ist zu kurz. Da komm ich nicht hin. Es ist kaputt. Okay. Feuer bereit. Ich hab's für mich. Nachladen. Dann geht's los. Feuer bereit. Dann geht's los. Nachladen. Feuer bereit. Laden nach. Nachladen. Nachladen. Anschladen. AHHHHHH. Direkt weggesnipet der Typ. Okay, los geht's. Infanterin nach vorne. Laden nach. Laden nach. もし mal. Oh, na ja. Ja, die kommen wieder mit Artillerie. Die reparieren den Panzer. Ja, ich seh's. Irgendwas ist, äh, meine Flanke ist explodiert. Ich weiß auch nicht warum. Der Panzer ist doch schon repariert. Der Mörser schießt auf meine Truppen. Scheiße. Wo ist der? Wo ist der? Da. Ich versuche den mal zu holen. Oh. Wo ist das Ding? Da. Komm ich nicht dran, glaub ich. Oder doch? Bomb. Der lebt ja noch. Der lebt ja noch. Oh. Okay, ich hab die Baumeister erwischt. Hast du wieder verloren den 15 cm oder was? Ne, ne. Ich stand weit genug weg. Ich geh mal den Mörser angreifen, wenn's geht. Wo steht der Mörser? Da. Einer. Der andere kommt von der anderen Hügelseite. Ich verliere jetzt den Tiger bestimmt. Nix. Einer kommt von der Sherman jetzt in den Berggruß. Kommt ne Artillerie. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Achtung. Vor dir. Der bei der. Bei dem Bunker ist einer. Oh ja, es ist. Boah, ich hab ihn. Ich hab's fliegen sehen. Oh. Oh. Oh, da kommt ein Panzer. Jetzt wird's knapp. Ein Stuart kommt da. Unter anderem. Hinlegen. Mein Bein. Der Mörser jetzt wieder besetzt. Ich flippe aus. Ich kann jetzt hier hin schießen. Laden ab. Laden ab. Feuer bereit. Die Art hat den Finkler zu schießen. Oh man. Äh. Noch mehr Fahr. Oh man. Panzer kommt. Scheiße hat der. Nein. Panzer. Was hab ich noch? Ja. Komm Panzer. Oh. Sehr gut. Das ist ein Flamme. Er verdrängt von dem Panzer. So schießt du so oft du kannst. Oh nein. Okay. Er lebt noch. Panzer. Wir sind einsatzbereit. Nein. 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 Oh Gott. Auf Wiedersehen. Da kommt ein Greyhound oder was auch immer das ist. Bisschen Flammenwerfer wegkriegen. Okay. Oh, das gibt's doch nicht. Hier ist Maria. Den ist ja immer abgelaufen. Ja. Ich muss hier mal die Verstärkung abknitzen. Jawohl. Jetzt was an! Hat er ein Glück? Genau frontal hingestellt. Ja. Ich denke nix. Ich denke nix. Ja. 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 Ich erkenne auch nichts. Weißt du, dass der Hügel, egal wo du hinschießt, du machst wahrscheinlich Kills. Ja. 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 Los. Ja. 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 Ich richte mich mal ein bisschen weiter zu dir aus. Ist dir noch ein Panzer? Ja, da ist noch ein Panzer, da ganz hinten. Ah ja. Die haben auch immer noch einen Mörser, kann das sein? Ne. Wenn ich dafür keinen Orden bekomme. Okay. Panzer meldet sich, einsatzbereit. Feuer bereit. Nachladen. Lade nach. Bereit. Lade nach. Nachladen. Bereit. Nachladen. Lade nach. Feuer bereit. Was sollen wir tun? Lade nach. Nachladen. Jetzt wird's mühselig. Es wird richtig mühselig. Da kommt der Panzer. Ich seh's. Wer rein. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Feuer bereit. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Was war das denn für einen Schuss? Der brennt. Hast du ihn angezündet? Ja, aber ich weiß nicht ob er brennt. Ja, es kann sein, dass er noch Feuer fängt. Wir auch, gell, hat sich erledigt. Okay. Ui, jetzt hab ich deutlich mehr Reichweite. Von hier. Punkt, auslöschen. So, ich bin jetzt auf jeden Fall oben. Hier hinten ist noch ein Mörser von dir. Jo, ich merk's. Äh, da. Ne. Da hinten, ey. Oh, wie der schießt, ey. Was für ein Bums das macht. Nein, 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 nein. Jawohl, der trifft natürlich auch. Vielleicht krieg ich den Mörser jetzt. Okay, sehr gut. Scheiße, mein Bein. Ich brauch diese, diese Panzerwesten von den Russen für den Flammenwerfer. Ja. 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 Ich bin auch ein Sanitäter! Ich sehe ihn jetzt! Was hat die, ob ich... ...fass... Ja, brennt! Ich brenne die Kapitalisten! Genau! Hier mit den Smartphones! Und Sneaker! Ja, sehr gut! Ja, war ja auch noch ein Geschütz! Ach, naja! Ist ja auch ein... Ist ja richtig aufgebucht! Warum fährt denn das nicht für A jetzt? Was ist eine Geburt? Man schießt 20 Meter daneben und sie sterben trotzdem fast! Da steht auch wieder ein Bazooka-Lappen! Sehr bereit! Alles in Deckung! Was gibt's noch? Ach, das ist noch das MG! Immer noch! Ach, scheiße! Okay! Okay! Pass auf! Du schießt genau neben meinem Panzer her, ne? Gut, dass du's sagst! Weil ich hab grad den LKW vorgefahren! Wenn ich noch weitergefahren wäre, hättest du den LKW getroffen! Nur bis Weihnachten, haben sie gesagt! Nur bis Weihnachten, haben sie gesagt! Okay! Werden wir dazu! Okay, da komm ich nicht durch! Das ist doof! Oder? Aber bei den Verbleibenden musst du jetzt bisschen vorsichtig sein! Ich seh' sehr bereite... War super, Leute! Ach! Oh ja, und wie... Und wie bereit! Und wie bereit! und Na toll, na toll, na toll, na toll. Ah, Alter raus. Achtung. Oh, okay. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ich habe das überlebt. Ich meine, natürlich habe ich das überlebt. Das ist doch einer. Mit dem Busch, mit der Bazooka. Im Busch? Ich sehe ihn nicht. Hä? Okay. Ich folge einfach den Explosionen. Ist das alles? Ich bin ein bisschen zu weit vorgefallen. Das macht das nicht mehr so eine schöne Kurve. Volle Deckung! Das Werfen müssen wir auch nochmal üben mit dem. Das ist ein Sprengsatz. Ach so, okay. Den kann man nicht so weit werfen. Der liegt noch. Da, mach ihn weg. Volltreffer! Ja, wir haben gewonnen. Klacks war das. Ein Klacks. Meine Güte. Wir haben halt den schweren Mörser am Anfang verloren. Das wäre dadurch direkt nochmal einfacher gewesen. Aber wir haben ja die Lösung für alles. Die Antwort für alles. 15 Zentimeter. Wir haben so viel Geld, wir müssen noch nichts reparieren. Ach, ich hatte noch einen ganzen Squad. Wo kam der denn her? Ich habe den voll übersehen. Alles sehr gut. Meine Güte. Okay. Okay. Verstanden? Jetzt nehme ich mir den Geschützen ein. Aber den Bazookas ist schon heftig. Ja, ich meine... Klar, wenn wir uns irgendwas holen, um Infanterie weg zu radieren, wäre natürlich super. Aber, ja. Wir arbeiten dran. Aber mit eurer Meisterleistung ist doch alles ein Klacks. Ja, ja, ja. Jetzt spielen wir hier Deutschland Main. Also, wenn wir Finnland spielen, als nächstes, das wird richtig übel. Das wird so übel. Ich meine, die Bazookas alleine sind ein krasserer Gegner als alles andere, was sie zu bieten haben. Ich meine... Allein, dass man sie nicht sieht. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir auch... Weil wir reparieren jetzt nicht grundsätzlich, wir gehen jetzt wieder raus. Weil, äh... Ich will mit euch zusammen forschen. Und ich will jetzt nicht hier noch eine Stunde lang reparieren, denn wir spielen schon seit 40 Minuten. Reparato. So. Ein Radkeks. Mehr als ich? Aber... Nein, das muss ein Fehler sein. Aber nur... Aber weniger Infanterie-Kills als ich. Das ist komisch. So. Boah. 10,5 Forschung. Das Ding ist, noch schwerere Panzer zu forschen. Weiß ich halt nicht. Ist halt so... Ich meine, wir kommen ja schon durch alles durch. Noch ist kein Pirsching auf dem Feld. Aber wenn der Pirsching auf dem Feld ist, dann wird es schon knackiger. Äh, ja. Dann sollten wir die dicken haben, bevor er aufs Feld kommt. Ja, aber ich bin auch dafür, dass wir die Befestigung mal skillen. Tatsächlich. Aber andererseits weiß ich auch nicht, was das großartig bringt. Ähm... Wir können... Wir können sogar jetzt auf den Tiger-Ass gehen oder direkt auf den Königstiger mit dem Porsche-Turm, glaube ich. Man kann auch auf den Elefanten gehen oder Ferdinand. Aber Königstiger jetzt schon, das wäre schon krass. Ich weiß nicht. Ich würde mir den einfach aufsparen. Weißt du, so als... Das wäre jetzt schon zu früh irgendwie. Der muss ein Highlight sein. Ja, der muss ein Highlight sein. Genau. Ich meine, wir können den Tiger-Ass mitnehmen. Jetzt gucken wir mal gerade. Also wir haben noch Wurf, Rahm und Pipapo und keine Ahnung. Aber die will ich ja eigentlich skippen. Raketenwerfer will ich nicht unbedingt mitnehmen. Das ist nämlich langweilig, Leute. Dann steht man am Spawn und schießt einfach nur die Raketen überall rein und dann ist sie erledigt. Ob wir die Anforderung 5 mitnehmen? Dann haben wir die. Aber was tun wir da rein? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, bei Befestigung kriegen wir wahrscheinlich nur ein paar MGs oder so. Bomben. 2,4 Rissen mehr. Ja, oder so. Ich würde aber gerne... Ja, eigentlich... Also der Sturmpanzer wäre schon eine Idee. Anstelle des stationären 15 cm auf den Sturmpanzer 1 zu gehen, damit wir was Fahrbares haben. Und der steht auch ein bisschen höher. Für den Angriff ist das immer ganz praktisch. Und da ist die Grille. 1,2,3... Wir könnten die Grille erforschen, da hätten wir Artillerie. Aber dafür bräuchten wir die höhere Anforderung. Also glaube ich, gehen wir einfach erstmal auf die Anforderung. Auf mittlere Befestigung. Und dann haben wir das erstmal durch. Nichts Tolles, Leute. Aber dann können wir als nächstes bei, äh... Slot 5 vielleicht auch mal Artillerie mitnehmen oder so. Und, äh... Wenn wir dann nochmal viel Forschung bekommen, dann gehen wir auf den Königstiger. Wenn wir merken so, oh Gott, es brennt. Ich meine, ich kann jetzt hier auch zum Beispiel den Pazza 4 reinmachen als Reserve. Das wird verkauft. Da haben wir noch Grenadiertrupps. Ich meine, was haben die dabei? Die haben auch Beutewaffen. Das ist so die eiserne Reserve mal zum verheizen. Und wir gucken mal. Wir machen das jetzt mal hier wieder voll, liebe Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei GatesFA. Ihr seid die Besten. Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, kommentieren, Abo dalassen. Das hilft mir sehr. Hau bis dahin. Haut rein, Leute. Reingehauen. Wiederschauen. Hallo.